Wir sind eine Delegation des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Wir sind seit gestern hier auf der schönen Insel Lesbos, um uns vor Ort ein Bild über die Flüchtlingssituation zu machen. Wir waren zunächst drei Tage in der Türkei zu Gesprächen in Ankara und vor allem an der türkisch-syrischen Grenze in Gaziantep und sind natürlich auch überwältigt von der Situation hier auf Lesbos. Ich habe größte Anerkennung und hohen Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hier auf Lesbos, die wirklich große Solidarität zeigen gegenüber den vielen Flüchtlingen aus Syrien, aus Pakistan, aus dem Iran, aus dem Irak, aus Afghanistan, aber auch aus Afrika. Und ich glaube, dass dies wirklich aller Ehren wert ist, was hier an Solidarität, an Mitmenschlichkeit gezeigt wird. Und wir sind uns auch vollkommen einig darin, dass wir Griechenland nicht allein lassen dürfen. In dieser Situation, es bedarf hier auch einer europäischen Solidarität. Wir sind eine Persönlich solidarität zur anderen Europäischen Union. in den Änggira für politische Diskussionen und dann auf die Türke-Syriak-Syriak-Synor, in den Gassiatep. Und ich muss sagen, dass die Zeit, die wir hier in den Nischen sind, haben wir die Erleggen, die Gesellschaften, die Gesellschaften, die Gesellschaften, die Gesellschaften, die Gesellschaften, die Gesellschaften. Ja, die Erleggen, die Erleggen, die Erleggen, die Erleggen, die Israel und die Erleggen, die Erleggen, die Erleggen und die Algerischen, aber auch die Menschen ausfragen. Hier werden eine entsprechende Erleggen und die Hilfe. Wir müssen, auch, dass wir die Erleggen, dass, die Erde nicht anpassen, um sie zu tun. Aber hier ist die Europäische Erleggen. Wir werden unseren Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, aber vor allem auch der Bundesregierung deutlich machen, dass Griechenland sehr viel unternimmt, um die Situation hier zu verbessern. Es ist kein griechisches Problem. Griechenland hat die Krisen in den unterschiedlichen Ländern, allen voran in Syrien, nicht verursacht. Auch Deutschland hat sie nicht verursacht. Aber wir müssen gemeinsam jetzt versuchen, mit den Problemen umzugehen. Und da bedarf es natürlich auch der Solidarität der anderen 26 Mitgliedsländer der Europäischen Union. Wir sind sehr froh, dass mittlerweile über 200 Millionen Euro aus unterschiedlichen europäischen Fonds zur Verfügung gestellt werden, um Griechenland zu unterstützen. Diese Mittel müssen auch abgerufen werden. Davon muss auch entsprechend Gebrauch gemacht werden. Deutschland unterstützt Griechenland darüber hinaus, sowohl in einem bilateralen Einsatz als auch im Rahmen des Frontex-Einsatzes durch Polizeibeamte der Bundespolizei. Es gibt auch materielle Unterstützung. Und Sie können sich sicher sein, dass wir, wenn wir wieder zurück nach Hause kommen, auch entsprechend die Verantwortlichen in der Bundesregierung auch dazu ermahnen werden. Und dahingehend auch Druck machen werden, dass diese Unterstützung auch entsprechend fortgesetzt wird. Vielen Dank. und wir müssen uns auf jeden Fall antworten. Es ist eine Angelegenheit. Es ist eine Angelegenheit. Und von all den 27 Städten der Europäischen Union ist, dass wir sehr viel über 200.000.000.000 Euro von den Europäischen Union beurteilen, die sich natürlich auf die Europäische Union und von der Europäischen Union beurteilt werden. Die Deutschland bietet in den Ländern auf die Frontex mit eiliger Unterstützung, mit Unterstützung für das Personal. Ich verabschiede euch, dass wir all diese Dinge an den Germanen zusammenbringen und wir tatsächlich versuchen, dass wir die Verpflichtung für die Germanen, für die Germanische Regierung, damit wir nicht stoppen diese Unterstützung, die es für die Greeceen gibt. dass auch die Türkei ihrer Verantwortung gerecht werden muss. Es gibt ein paraffiertes Rückübernahmeabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Nur leider Gottes blockiert die Türkei nachhaltig die Ratifizierung dieses Abkommens und wir werden auch weiterhin zu Hause auch gegenüber dem türkischen Botschafter klar machen, dass die Türkei hier ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung nachkommen muss und schnellstmöglich dieses Rückübernahmeabkommen und den Ratifizieren muss damit die Last von Griechenland entsprechend genommen wird was die hohe Anzahl an flüchtlingen. Wir sind leider nur noch heute auf der schönen Insel Lesbos. Ich hoffe, dass ich mal privat auch wieder zurückkommen kann und ich hoffe, dass auch in Zukunft mehr Deutsche auch als Touristen diese schöne Insel besuchen werden. Wir werden jetzt im Anschluss nach Athen weiterreisen zu Gesprächen, insbesondere auch mit dem Bürgerschutzminister, um deutlich zu machen, dass auch die griechische Regierung in der Verpflichtung ist, die ägäischen Inseln, insbesondere Lesbos, nicht allein zu lassen. Wir hatten heute ein sehr interessantes Gespräch mit dem Bürgermeister und mit dem Gouverneur hier auf Lesbos und ich glaube, dass es unabdingbar notwendig ist, dass eine erste Aufnahmeeinrichtung auch auf Lesbos geschaffen wird und dazu ist die Regierung in der Verantwortung und dies werden wir auch gegenüber dem Bürgerschutzminister deutlich zum Ausdruck bringen. Danke. 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 Wir haben heute mit dem Kommissar und dem Kommissar und dem Kommissar. Wir haben uns die Eure, wie sie, und wie wichtig ist, die Entwicklung eines Kzentrum der ersten Aufmerksamkeit. Das alles, was wir auch für die Politik und die Gesellschaft der Stadt. Vielen Dank. Είναι γεγονός ότι σημαντικό είναι το ότι το Γερμανικό Κοινοβούλιο απασχολήθηκε με το θέμα αυτό, το θέμα των λαθρομεταναστών. Και θέλω να πω ότι το θέμα της παράνομης μετανάστευσης στα νησιά του Βορειο Αιγαίο και τις διαστάσεις οι οποίες έχει πάρει, ενώ είναι καθαρά ένα ευρωπαϊκό θέμα, τελικά φτάσαμε να έχει γίνει καθαρά ελληνικό. Και νομίζω ότι ιδέτερα τον τελευταίο καιρό, ότι αρχίζει και παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Αναφερθήκαμε στα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και μάλιστα και τις δράσεις και τις προσπάθειες που έχουν γίνει τόσο από την πλευρά του Λιμενικού, όσο και από την πλευρά της αστυνομίας, καθώς επίσης και τη μεγάλη προσφορά η οποία υπάρχει από τους εθελοντές. Γενικότερα με αφερθήκαμε για το νησί μας, αλλά και για τα υπόλοιπα νησιά, τόσο στοιχείο όσο και στην Σάμμο, όσο και το γεγονός ότι παρουσιάζονται φαινόμενα και στη Λίμνο τώρα τελευταία. Εκείνο το οποίο θα έλεγα και το ανάφερα, είναι ότι δυστυχώς διαπιστώνω πως ακόμη αυτό το μεγάλο θέμα, αυτό το μεγάλο ζήτημα, εκτός ότι παραμένει άλυτο, ορισμένοι ίσως το χρησιμοποιών, κατά κάποιο τρόπο δημιουργώντας εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις δεν είναι προς όφελος, αν θέλετε, της Ελλάδας. Δεν είναι και αυτή άλλωστε η πραγματικότητα, γιατί οι πολίτες των νησιών μας, και το γνωρίζουν αυτό όλοι, όσοι ζούμε εδώ πέρα, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ προς την κατεύθυνση να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, και όχι να παρουσιάζονται κάποια άλλη εικόνα. Η πρόταση μου είναι, επιτέλους, ας πάρουν και εκείνοι ένα κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους. Όταν θέλεις να κάνεις τον φιλές πλάχνο, καλό είναι να το κάνεις με πράξεις. Να τους παίρνεις δηλαδή και στα σπίτια σου, να τους πάρουν και εκείνοι στα κράτη τους, και όχι να γίνεται αυτό το οποίο μέχρι σήμερα βλέπουμε, δηλαδή αν κάποιος φύγει και πάει σε ένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο επίσης τονίστηκε ήταν ότι θα πρέπει η Τουρκία να εφαρμόσει αυτό το οποίο έχει δεχτεί, ούτως ώστε να επιστρέφουν πίσω αυτοί οι οποίοι έρχονται από τα παράλια. Από τι μου είπανε, είχαν επισκεφθεί και την Τουρκία για τρεις, να δεν κάνω λάθος, μέρες. Είχαν κάνει διάφορες συζητήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει εμείς καμιά ενέργεια. Οι Γερμανοί βουλευτές, από τι μου είπανε, θα τα μεταφέρουν αυτά στο κοινοβούλιο, το δικό τους. Αύριο θα έχουν ή σήμερα το βράδυ μια συνάντηση με τον υπουργό, τον κύριο Δένδια, για το θέμα αυτό. Και υπήρξε, μπορώ να πω σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένες στιγμές, μια ένταση. Όσον αφορά στο γεγονός ότι επιτέλους δεν ευθύνεται, όταν τους είπα, ότι η Ελλάδα δεν ευθύνεται για τον πόλεμο της Συρίας, ούτε για τον πόλεμο του Αφγανιστάν, ούτε για τον πόλεμο της Λιβύης, ούτε της Ιεμένης κλπ. Δεν έχει καμιά ευθύνη η Ελλάδα να δέχεται όλο αυτό το βάρος που δεν της ανήκει. Και εκεί πράγματι οι ίδιοι ομολόγησαν ότι έτσι είναι, ότι δεν φταίει η Ελλάδα. Αλλά εγώ πάλι τους είπα ότι ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα και όφελαν αυτοί οι οποίοι το δημιουργούν το πρόβλημα να δώσουν και τη λύση. Υποσχέθηκαν ότι, και δεν μένω στην υπόσχεση αυτή η οποία, γιατί μπορεί να ακουστεί, ότι για κάποια χρήματα που δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τους είπα δεν είναι θέμα οικονομικό. Να δώσεις, δηλαδή, 30-40 εκατομμύρια, γιατί αναφέρθηκε ποια χώρα δίνει το 1-5 και ποια χώρα δίνει τα υπόλοιπα, ποιες χώρες δίνουν τα υπόλοιπα, δεν είναι το θέμα να δώσεις κάποια λεφτά για να δεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται αν θέλουμε να είμαστε δίκοι και επειδή, αν δεχτώ ότι έχουν και εκείνοι τις ευαισθησίες τους, να πάρουν ένα μέρος των μεταναστών αυτών στις πετρίδες τους. Αυτό θα ήταν μια δικαίλυση. Δεν δήκανε να αναλάβουν μια τρισμή ευθύνη. Τρισμό, όχι. Επίσης να αναλάβουν ευθύσεις, αν ευρωπαίητο, να πάρουν κάποιος. Όχι, δηλώσανε αυτοί. Δηλώσανε αυτοί. Δεν μπορούν να το πούνε. Να πάρουν κάποιοι, να το πιστεύσουμε εμείς. Αυτό δεν μπορούν να το πούνε. Εκείνο λοιπόν που τους είπαμε είναι ότι θα πρέπει να πιεστεί και η Τουρκία να φυλάξει τα σύνορά της και να σεβαστεί αυτό το οποίο έχει υπογράψει για την επαναεισδοχή αυτών των μεταναστών. Νομίζω αυτά τα οποία είπαμε και ομολόγηξαν και οι ίδιοι ότι όσα τους αναφέραμε και όσα τους είπαμε δεν ήταν κάτι έξω από την πραγματικότητα. Ήταν μέσα στην πραγματικότητα. Και στάθηκα πάρα πολύ σε αυτό το σημείο και το τονίζω και πάλι και το λέω ότι είναι άλλο να το ζεις το πρόβλημα και άλλο να το βλέπεις από μακριά.